Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen episode von there is no game und ja jetzt ist es ein clicker game Und ich musste extra ich musste 40 münzen bezahlen um mir hier DLC zu kaufen So warte jetzt habe ich aber genug glaube ich Ach moment könnte ich das warte mal wir senken das dann fangen die an zu kämpfen oder wie Und jetzt noch mal erhöhen Hm Okay vielleicht tut es doch ein bisschen weh Okay okay Leute Ähm Kann ich den irgendwie bezahlen? Nö Warte mal wenn ich das jetzt senke So dann kämpfen die gegeneinander Dann erhöhe ich das Okay das geht jetzt so ne Er macht die noch vor Ort Wir müssen herausfinden wie die Wache ihn da hin zu schicken Keine Ahnung Kann ich nicht hier Bezahlen kann ich ihn nicht Der Höhe Jetzt warten wir mal ab Nee Aber warte mal vielleicht kann ich es ja dann einfach nochmal senken Äh beziehungsweise erhöhen Ha Perfekt Und jetzt Sieht nicht so aus als würde er wieder runterkommen Den sind wir los Okay nice Oh Gott wieso Wieso ey Ich hasse Clicker Games so sehr Endlich sind wir beim Dimensionstempel Vielleicht ist das ne Todesfalle Seasenpass für nur eine Million Coins Er klingt wirklich russisch oder Das wird natürlich dauern Das wird riesen Spaß machen Wo wir gonna farm 1 Million Coins Wir are not in a korean MMO here Hahaha Oh man ey Oh lootbox Wir müssen hier Oh god Rapapa the Rapper Das wird sowieso kein Spiel Nein nein Überhaupt nicht Oh nein Okay Million Coins Das wird ein bisschen dauern Oh noch ne lootbox Oh hier rapapa the papa Funktioniert nicht Oh manu ey Wie sollen wir das Oh god Aber vielleicht kann ich das Okay Lootbox Lootbox Da kommt schon Million Dollar Please paper Klopf klopf Hallo Der will Der will Klopapier Mein Geld Und putz dir da mit den Hintern ab Oh ne warte mal Kann ich Ah ne hochheben kann ich die Bombe nicht Also er will unbedingt Toilettenpapier Kann ich aber nicht besorgen Okay warte mal Es gibt 5 Dings pro Coin Für Das heißt Wir müssen 200.000 mal klicken Maximum Ich hab Maximum Coins Okay Okay jetzt die Bombe vielleicht holen Damit er runterfällt Oh nein Und dann Das ist eine Papierfigur Ich glaube ich weiß schon Wo das endet Achso Jetzt komm Explodiert Ja Ah Ne okay Moment Ja Jetzt wenn er wackelt Ja ja Ah ich wusste es Okay Weiter geht's Wir warten auf die nächste Lootbox Und dann haben wir Papier Für den Mann Oh Gott Man muss das auch noch abpassen Oder wie Oh Mann Ich weiß schon was mit dem armen Rapper Paper passiert Nein Nein Komm zurück Ach Mann Oh Gott Ich bin Maximum ausgelastet Zu viel Geld Macht doch sonst niemand hier Ja Jetzt ist er gleich wieder müd Hier Hier Das ist ein Paper Okay ich hab ein Pümpel gekriegt Thanks for the gift Äh Kann ich vielleicht Warte mal die Er war voll geil Voll viele kleine Anspielungen Und so Das ist so ein tolles Spiel Leute Aber ich kann hier nix Vielleicht kann ich mit dem Pümpel Irgendwie Ja Ha Wir haben ein bisschen beschissen Aber okay Eine Million Coins Ich glaube ich hab genug Münzen gefunden Wir können endlich in das Verlies Bravo Hero You're very powerful Sehr powerful Wirklich Sehr power Sehr money powerful Mäßig Well 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 The boss is here already Perfekt Ich komm nicht dran Was für ein Zufall Tja warum haben sie es da hochgepackt Das weiß keiner so genau Jetzt können wir schon doppelt so viel Geld klicken Oh Schalter Sonne Oh nein Es ist zu dunkel Oh Mann Was für ein Schalter Ich seh nichts Ja bald As soon as we get out our credit card Oh look More ads Okay Mehr Erwerbung Ich wollte nur mal gucken 25 Dollar haben wir ja schnell wieder drin hier Coins Sind ja kein Ist ja nicht mal echt Geld Was Gewinne mit diesem Bonus QR Code Eine Packung Knuspermüsli Oh nein Ich hab keinen QR Code Reader am Start Oh Mann Ich will das mal eben ausprobieren Okay Ich hab mir jetzt mal einen QR Code Scanner runtergeladen Jetzt müssen wir mal eben gucken Ob ich das hier Ich weiß nämlich nicht Ob der alle Dinger lesen kann Oder sehen kann Äh Scanne Barcodes Was Nein nein Ich will Jaja schon okay Mit der Kamera will ich scannen Na und Kann er was finden Er kennt nichts Vielleicht müssen wir das kurz auf Vollbild machen Oder kleiner Kann ich es kleiner ziehen Ne kann ich leider nicht Ihr könnt es wahrscheinlich machen Ich kann es leider nicht machen Bei mir fehlen da unten ein paar Pixel bei mir Weil ich wegen der Einstellung vom Monitor Ah Mist verdammte Tat Naja Ihr könnt mir ja dann sagen Ob da was kommt Ihr sagt mir einfach dann Ob da was kommt Schreibt es mir dann mal in die Kommentare Dann schaue ich mal im Urlaub rein Ach Quatsch Was mache ich denn Endlich Licht Hä Ich habe auch nur zwei Schalter Ich habe nichts angefasst Alter Ja aber Okay Sudoku Championship Gesponsert von Knusper Dusper Müsli Mann ey Diese Müsli Leute Die sponsern einiges Hier Vollständig Illustriert Was Eine 9,99$ Das ist der offizielle Leitfaden Das ist der offizielle Leitfaden Ich meine hallo Ich will hier einfach Geld auf den Schlüssel werfen Ich sehe jetzt aber auch hier nichts Was mir irgendwie eine Lösung bieten soll Endlich Licht Oh das wird teuer Okay der ist der erste hier Verstehe Verstehe Der war der erste Aber das muss ich ja jetzt jedes Mal machen oder was Alter Warum sind Clicker Games so kacke Okay der war der erste Dann der zweite Jetzt könnte ich aber auch wieder Sonne einfach machen und testen ob das klappt Ne Okay Oh Ist sogar richtig Okay Der Der Versuchen wir mal den hier Und das hier Okay Ist auch richtig Sehr gut Also der 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 Puh Keine Ahnung Versuche ich einfach mal den Oh richtig Müsli Fantastisch Knusper Knusper Müsli Ich dachte schon Ich hatte schon ein kleines Loch in der Magengrube Oh Ui Was jetzt Hä Der Der hier Dann der hier Dann der hier Dann der hier Keine Ahnung Dann wahrscheinlich wieder der hier Und dann wahrscheinlich der hier Oder Endlich Licht Wie jetzt ist das falsch Oh jetzt muss ich nochmal Müsli freischalten oder wie Oh Gott Okay Mond Probieren wir mal den hier Als erstes Okay Das wird eine anstrengende Episode Für euch Ah Okay Aber so ist das bei Clicker Games Äh Der war es schon mal nicht Probieren wir uns mal hier durch Oh Mann Es kommt immer wieder Werbung Ich kann sie nicht mal wegmachen Okay Das war richtig Kann ich die Wie kann ich die Werbung wegmachen Kann ich die gar nicht wegmachen Okay Der war richtig Vielleicht ist es jetzt einfach umgekehrt Ich schreibe mir vorsichtig Aber mal eine Säule kurz frei Dann können wir doppelt so viel Geld machen Okay Okay das war falsch Okay das war falsch Achso ich muss jetzt jedes Mal dann den auch wieder mit freikaufen hier ne Okay das war der erste Dann versuchen wir mal den gegenüber Endlich Licht Ah Okay Und den Schalter und mal den da drunter probieren Jetzt hab ich natürlich nicht aufgepasst Wo hatte ich den Ich hatte den 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 Hatte ich schon glaube ich Auch nicht Okay Vielleicht jetzt dann der unten Oh Gott ey Clicker Games Stell dir mal vor das wäre mit echt Geld Der hier Der Oh ist richtig Okay Kann ich Weiter klicken Der 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 Dann vielleicht der hier oben Endlich Licht Ey vor allen Dingen endlich Oh ja Oh ja Okay Versuchen wir jetzt mal den hier oben Oh nein Nein Also der 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 So der hier Der hier Der hier Äh weiß ich nicht Dann den hier unten mal versuchen Endlich Licht Ja warte ich muss dich jetzt gleich wieder hochklicken Komm schon Oh nein Ja dann muss es der sein Okay dann haben wir es aber jetzt aber Dann haben wir es jetzt aber Oh sorry Ähm Okay Wir haben den hier Wir haben den hier Wir haben den hier Und dann haben wir den hier Und dann Sonne Ja 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 Weiter 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 Oh Gott sei Dank Endlich noch mehr Müsli Oh ne Leute Das meinen die jetzt nicht ernst Oh das meinen die nicht ernst Oh mein Gott Deswegen hasse ich Klickerspiele Weil die sind wirklich so So Da probieren wir hier Schalter 1 Und Sonne Wir müssen den Schlüssel Darunter schieben Ganz klar Falsch Okay ich versuche jetzt erstmal einfach die vier Ecken zuerst Ich versuche einfach mal zu unten links Nein ich will keinen vollständigen Plan Kann ich mir nicht leisten Ist auch falsch Okay versuchen wir es unten rechts Auch falsch Ist es wieder in der Mitte eine Das DLC Game hier So versuchen wir es mal oben rechts Ich kann nur sechs mal Aber auch die höchste Wahrscheinlichkeit von allen Die ich falsch liegen kann Liege ich falsch Oh endlich mal eine gefunden So oben rechts Dann Äh weiß ich nicht Hier Yes Es ist wieder Es ist jetzt einfach wieder umgekehrt Nee das wäre doch zu easy oder Komm schon Nein Okay 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 Das war es nicht Ja Hab ich gesehen Dann Schalter hier Schalter dort Der war es nicht Dann vielleicht der hier in der Mitte Mir geht langsam das Geld aus Ah Mist Ah Mist ey Das war es nicht Dann müsste einer von den beiden sein Puh Okay Mond wieder an Wir sind ja wieder ein bisschen im Plus gleich Also oben rechts Mitte links Dann unten links Schauen wir mal Oh ja Oh ja Oh ja So dann ist es jetzt Vielleicht der da Vielleicht Endlich Licht So Mist Okay Leute Wir haben es gleich geschafft Wir sind gleich im nächsten Dungeon Wir sind gleich im nächsten Dungeon Warte ich Tanke nochmal ein bisschen Geld So Wie war das jetzt Oben rechts Dann Mitte links Unten links Der war es nicht Ne Dann vielleicht der hier 5 Secret Clicks Hier Oh endlich Wir haben den Schlüssel runtergestoßen Mit unserem langen Super Stoßbalken Der Hammer Der Hammer Leute Jetzt gibt es nur dich und mich Dark Lord Zum Glück Freunde Ha Er wäre fast durch die Tür gegangen Aber was auf der anderen Seite der Tür passiert Sehen wir in der nächsten Episode Cliffhanger This is no game Freunde Vielen Dank fürs Zusehen Wir sehen uns wenn ihr Lust habt In der nächsten Episode wieder Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Und erfolgreichen Tag Und macht's gut Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Reingehauen Und Ciao